Moin Moin Zuschauer des 0815 Let's Players Willkommen zur Diablo 2 Lord of Destruction Let's Play Together Challenge Bevor ich aber mit diesem Spiel anfange, hab ich eine Bitte an euch Und zwar, ihr habt von diesem Zeitpunkt an, wo dieses Video hochgeladen wird Bis nächste Woche Montag, genau das Datum wird dann in der Videobeschreibung stehen Habt die Möglichkeit meinen Charakter zu wählen Ihr seht, ich hab da mal irgendwann mal angefangen zum Testen Videos etc Also ihr dürft meinen Charakter wählen, den meines Partners zwar nicht, aber dafür meinen Zur Auswahl stehen 7 Charakterklassen zur Auswahl Von links nach rechts die Amazone Die Amazone kann mit Sperren kämpfen Also Wurfsperren, Einzelsperren und mit Pfeil und Bogen kämpfen Ziemlich massenvernichtende Klasse eigentlich Also massenvernichtung wird hier ziemlich groß geschrieben Dann hätten wir die Assassine Die Assassine kann mit Nahkampffähigkeiten ihre Gegner auseinander nehmen Aber auch mit Fallen, die ebenfalls sehr massenvernichtend wirken Dann der Nekromant Der Nekromant hat, ähm, oder Totenbeschwörer Der kann, wie der Name schon eigentlich sagt Er kann Untote beschwören Skelette, Skelettmagier, also Skelettkrieger, Skelettmagier Ähm, tote Monster wiederbeleben Ab einer bestimmten Stufe Golems beschwören Kann aber auch sehr gut fluchen Also Flüche austeilen, die den Gegner schwächen Und, ähm, hat noch Gift- und Knochenfähigkeiten Mit denen er auch ziemlich große Massenvernichtung veranstalten kann Dann der Barbar Der Barbar hat großartig Massenvernichtung Gar nichts auf dem Kasten, bis auf eine Fähigkeit Ansonsten purer Nahkämpfer, der ziemlich unspektakulär daherkommt Ja, das war's dann eigentlich auch schon über ihn Obwohl, er kann noch Er hat noch ziemlich starke Supportfähigkeiten Die die Rüstung und, äh, Mana sowie Lebenspunkte der Gruppe erhöhen Beziehungsweise verstärken Paladin Der Paladin kann eigentlich alles, was der Barbar kann Nur meiner Meinung nach besser Er hat, äh, Auren, die gar keine, die gar keinen Mana kosten Dafür kann eine Aura aber immer nur gleichzeitig aktiv sein Es sei denn, man hat verschiedene Items, die Auren haben Aber dazu irgendwann später in der Challenge Er hat Nahkampffähigkeiten, die ziemlich Massenvernichtend wirken Aber auch Zauberfähigkeiten, die übelst Massenvernichtend sind Und auch ziemlich starke Schutzzauber Beziehungsweise einen ziemlich starken Schutzzauber Und halt eben diese Auren noch dazu Die Zauberin Die Zauberin kann, oder die Zauberin ist eigentlich komplett auf Massenvernichtung ausgelegt Die kann mit den elementaren Feuer, Blitz und Eis um sich ballern Und zwar ziemlich verheerend Also, was Massenvernichtung angeht Gibt's glaube ich wahrscheinlich keine Klasse von denen genannten bisher Die auch nur ansatzweise irgendwie an den Schaden der Zauberin rankommt Okay Der Druide Der Druide ist meiner Meinung nach so ziemlich der Vielseitigste Er kann Tiere beschwören Er kann elementar mit Zaubern um sich ballern Die Schaden austeilen können, aber auch nur dann wirklich, wenn die Ausrüstung stimmt Also, da ist er ein wenig schwächer als die Amazone, die Assassine und die Zauberin Trotzdem sehr lustig anzusehen das Ganze Dann kann er sich noch Sonst wäre er ja kein Druide, wenn er nicht Sich in Gestalten verwandeln könnte Darunter befinden sich zwar nur zwei Aber der Wehrbär und der Wehrwolf Die haben ziemlich heftige Skills drauf Also, wo der hinschlägt, wächst kein Gras mehr Gut, das war's eigentlich auch schon zu den Klassen Wie gesagt, es ist eine Let's Play Together Challenge Ich werde nicht alleine spielen Mein Partner wird dann dazukommen, wenn's soweit ist Und ich freue mich auf rege Teilnahme bei der Wahl der Klasse Und ich bin wirklich gespannt, welche Klasse ich von euch aufgebrummt bekommen werde Hinzu kommt, oder sollte ich noch erwähnen Oder eher gesagt, was das Besondere an dieser Challenge ist Der Hauptgrund, warum ich überhaupt diese Challenge mache Ist ein bestimmter Modus Der nennt sich Profi Das bedeutet, wenn ich sterben sollte Oder wenn mein Partner sterben sollte Während dieser Challenge ist diese Challenge gelaufen Für diese Person Das heißt, wenn ich scheitere Ist es natürlich komplett vorbei Nur wenn er scheitert Werde ich dann noch eine Zeit lang alleine weitermachen Bis auch ich scheitern werde Ah ja, Profi Hab ich das eigentlich jetzt gerade gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr Ich rede gerade so viel random geblubber Auf jeden Fall, Profi bedeutet halt Oder Hardcore bedeutet Wenn der Charakter stirbt, ist er tot Er kann nicht wiederbelebt werden Er kommt auch nicht zurück in die Stadt Oder sonst irgendwie Und ich will dieses Spiel komplett durchspielen Also normal ist mein vorrangiges Ziel abzuschließen Also Akt 1, 2, 3, 4 und noch Ball zusätzlich, Akt 5 Und soweit wie ich das bis jetzt mitbekommen habe Existiert noch kein deutsches vollständiges Let's Play Together oder Let's Play von Diablo 2 Weil die Leute irgendwie aufgehört haben Von wegen, das Spiel wäre scheiße Es wäre langweilig ETC Blatt Blut Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann Denn ich habe zweieinhalb Jahre meines Lebens Mit diesem Spiel verbracht Das ist aber schon ein gutes Stück her Oder liegt schon ein gutes Stück zurück Ich habe es halt eben jetzt Vor längerer Zeit mal wieder ausgekramt Auf die Festplatte geknallt Und dachte mir BAMS Daraus könntest du eine Challenge machen Gut Das war es denke ich mal jetzt soweit Von meiner Seite aus Und ich sage es einfach mal Bis zum nächsten Mal Sayonara